Hallo Leute, hier ist Jochen, ich befinde mich mal wieder hinter der alten Bahndirektion. Ihr könnt es vielleicht von den letzten Videos hier erkennen, im Bereich der Abgewissenen Haus Nummer 22, wo die Stadbautruppe von dem Tunnel nach Feuerbach entsteht. Und hier wird fleißig gearbeitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017